Bonjour mon ami, und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 und mit dem Raustapp René. Hallo. Ja, also wie ihr letztes Mal gesehen habt, haben wir grandios... Dacht ihr, jetzt kommt erst Rotzen oder so oder sowas? Ne, das... Ne, 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 ich dachte immer so ein bisschen Französisch. Bist du auch ganz nett? Äh, kleine Frage, ich wollte gerade fragen, was das ist. Hä? What the fuck? What? Alter, was war das? Hier ist was, was ich mir ansehen muss. Ich hab außerdem meine Minipack benutzt, scheiße. What the fuck? Ach, wollen wir das machen? Ja, komm, wir machen das mal. Der wäre nicht so viele Mestionen gemacht. Würde ich mal sagen, machen wir das mal. Ich glaub, am Anfang haben wir in dieser einen Co-op, äh, Co-op, in dieser einen Mestionen gemacht. Hm. Kann man das jetzt mal machen. Und jetzt schon wieder. Dylan? Hey, wenn Sie was sehen, das gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Dylan? Carver? Dylan! Carver? Hm. Lass mal alles einsammeln. Mal gucken, vielleicht kann ich meinen Anzug verbessern. Aber neuen Anzug werden wir, glaub ich, nicht haben. Passt ja sicher auch mal zur Region, äh. Oh, scheiße. Ich hab nicht gemütet. Ah, Panzerung kann ich mal anders. Jetzt hab ich Panzerung voll ausgefüllt. Oh, meine Bronchien bringen mich, glaub ich, heute nach oben. Das finde ich gut. So. Ich guck mal, was ich machen kann. Ich guck, oh, du kannst jetzt hier mit der Bahn fahren. Das ist nett. Bitte. Ja, gleich, ich bin gerade am Aufnehmen. Warte kurz. Stell dahin. Nach der, äh, Dings hier, nach dem Part. Dankeschön. So. Ja, meine Mutter. Oh ja. Er raubt ja wieder dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie gehört hat. So. Er hat mir nämlich freundlicherweise Hustensaft hingestellt. Ah, Hustensaft. Hustensaft, ja, ach man. Ich hab über den ganzen Tag wie eine Schwuchtel gesprochen, bevor ich jetzt Nasenspray intus habe. Kommst du? Kommst du bei mir? Ja, wo bist denn du? Ja. Bist du in den, in den Tag? Nein, 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 bin ich nicht. Ich bin hier bei der Tür. So. Hier bist du nämlich rein. Okay, bin ich froh, dass wir den... Was denn? Naja, weil da war so, da war so ein, da war so ein Zug oder so eine Art. Aber der hat mir hierhin gezeigt. Ich hab die, du kannst ja, wenn du auf, äh, auf dein Menü gehst, sozusagen in den Tag, kannst du auf Mission gehen, dann kannst du die Optional-Mission an dir anzeigen lassen. Und da raufklickst halt. Er zeigt mir, als er... Bearbeitung. Einfach umliegen das kann. Fahrrad, stimmt gleich irgendwas passiert. Wo ich hab's gesagt, der vorstellt wird gleich aufgepasst für den Monster mit dem Treifabner. Das ist gut, die Spinnmonster da. Ach, was, 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 jetzt wetten wir mal, was erwarten uns gleich. Ein paar Monster, oder, oder, du kriegst eine neue Vision oder sowas. In deinem Team da. Ja, ich kippe einfach um und du musst deine Skills beweisen. Auf jeden Fall. Ich muss dich nicht, ich muss meine Skills beweisen, dich auf den Rücken tragen und einherlich schießen. Ja, und auf einem Bein hüpfen oder auf Stelzen und das Katharina Lukenstein anziehen. Warum geh ich nicht mal vor? Ja, okay, meine lieben Freunde. Ich... Wow! Ich kann einen Schnitt machen, nein, ja. Nein, warte, kannst du das kurz alleine machen? Äh. Dass ich mich kurz, oder dass wir kurz einen Schnitt machen. Ist eine Sache von einer Minute. Machen wir kurz einen Cut dann. Okay, wir sehen uns gleich wieder bis dahin. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Und René ist wieder einsatzfähig bereit. Ja, bis aufs Raustapp. So, ist es oft eingenommen und ja. Jetzt geht, äh, wo war der Achtung? Wir müssen da lang, ja. Da kam ja gerade schon das erste Monster raus. Ja. Das müssen wir auch machen, wenn ihr krank seid, nehmt Moku-Solvahn. Das ist wirklich gut. Schleichwerbung. Ja, wieder 5000 Euro mehr auf dem Konto. Oh ja. So. Wow. Alter. Ja. Lecker. Ich hab ja schon ein bisschen Angst. Würde ich nicht immer vorgehen. Ja, ja. Ja. Ich schrei immer so gerne. Alter, das ist ja richtig krank, ey. Das kommt mir irgendwie aus dem ersten Teil bekannt vor. Hier gibt es genau so einen Raum, wo du dann auch durchmust. Also hier können Monster rauskommen. Original so einen Raum gibt es im ersten Teil. Na ja, das ist ein Zufall. Nein, der sieht ein bisschen anders aus dem ersten Raum, aber ich glaube, das ist ja nicht mehr. Sau. Den hab ich. Schließt doch, Alter. Worum? Leck mich ja mal. Wieso kann ich nicht? Einfach auf die Beine schießen. Okay. Alter, Junge, du haust es aber zu. Ich bin hier aggressiv, ne aggressiv, so. Ja, lass da mal die Tür aufmachen. Darf die Tür, danke schön. Das ist nett von mir, ich weiß. Mach aber doch, hier kann ich mal an den anderen wieder rein, so. Dann komm auch gleich Monster raus, ich seh's doch schon. Öffnen, ja. Was? Ja, sag ich doch. Hilfe. Ich seh's. Ding. Junge, warum schießt du nicht? Ja, mach ich doch. Ich seh dich gar nicht. Was, ich bin jetzt hier alleine. Ja, du bist in deinem Kopf. Fuck. Ich hab wegen uns reden. Ich muss grad was machen. Ja, mach das. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Oh ja. Ich glaube, sie will, dass ich zu ihnen komme. Was immer sie sehen, es ist nicht real, Mann. Sie müssen mir da vertrauen. Du willst mich? Ja? Ich bin hier, Damara. Komm doch her. Scheiße. Achso, du warst in deinem Kopf drin, oder was? Naja, ich musste durch so ein Dings laufen und überall kleine Sachen kaputt machen. Okay. Krass. Kannst du bei mir im Part gucken. Wollte ich grad sagen, weil das seh ich ja nicht. Das sehen ja die Leute dann nur bei dir. Das ist auch... Das ist eigentlich auch mal. Das hätten sie, das hätten sie mal öfters machen sollen. Ja, dass man irgendwie, auch wenn in Zwischensequenzen kommen, dass man vielleicht manchmal nur du die siehst, oder so. Ja, ja. Weil es geht ja eigentlich, eigentlich hauptsächlich um dich, so mal. Finde ich aber cool. Also wer wissen möchte, was im Kopf abgeschabt, aber so passiert ist, bei deinem Zuschauen jetzt, der sollte unbedingt mal, äh, nachgucken und der, der wissen möchte, was halt normal passiert ist, der sollte vermeintlich schauen, oder eben bei den Ecke geben. Am besten bei den Videos nebeneinander. Habt ihr den vollen Minus? Naja, die schlauen Menschen, die machen das halt mit einem Video halt so aus und lassen das irgendwie gleichzeitig abspielen. Ja, das geht ja ganz einfach. Sehr schön. Du holligen Technik. Du müsst auch gar, ihr könnt auch zwei Bildschirme haben, dann müsst ihr das nicht verkleinern. Wow. Leck, Juni. Oh, nee. Ja. Unsere Freunde, meine Lieben. Wow, scheiße. Was ist sie? Scheiße, scheiße, ein Viech ist auch bei mir drauf. Okay, ich versuch, dir die Abzüchern, aber es geht nicht. Das ist dem Möglichen. Fuck. Und jetzt auch ein Termin, auch die 50 Tonnen. Fuck. Scheiße. Oh, ja. Also, bin ich hundertprozentig der Meinung. Äh. Fuck, ey. Ich muss Schalkuhren. Das ist ja noch einfach. Am besten bleiben wir zusammen, dann. Oder wir verziehen uns wieder durch die Klammer durch die Tür gehen. Ja, durch die Tür. Aber wir könnten sagen, sie wollen uns anlocken. Und dann wieder zurückgehen. Ganz schnell. Ja. Von drin halt dann absnipern. Ja. Ja. Kann man mal. Ja. Oh. 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 Diese kleinen sind viel nerviger als diese hässlichen, weiß großen. Ich finde die Schwarzen halt scheiße. Wow. Diese what? Geh weg. Ich komme. Wo bist du? Okay. Hier. Von mir. Lauf. Heil dich erstmal und lauf weg. Weh, hab ich noch. Ich bin schon irgendwie. Hey, wieso? Wieso triffst du denn das nicht? Ja, ist down, down, ist down. Das verlangsame. Ich kotze die Herren. Hast du die denn aufgepaut eigentlich, die Verlangsamung? Ja, hab ich. Aber die triff nicht. Ich glaube, ich habe die sogar schon voll. Okay. Komisch. Ja, ne. Da müssen wir jetzt lang. Okay, da müssen wir lang. Also noch alles hier absuchen, ob hier noch irgendwas ist. Aber es sieht nicht so aus, ob da noch irgendwas sein sollte. So. Oh, ne Apo-Rab-Platige. Feuerharte, oh, das ist geil. Let's go. Also noch plus, na, sonst soll man einfach minus. Ja. Geil, ne. Ich stehe wohl. Na, lass drücken. Dankeschön. Oh, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ach, der Lastenaufzug. Ah, okay. Oh. Ich habe gedacht, was fett jetzt hier runter oder rauf oder was wirklich überhaupt hier. Ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, was sonst uns erwartet. Das ist echt gerade kack hier. Okay. Aber er gebracht hat es uns irgendwie nichts. Okay. Wer zurück, sagt er? Ja, aber schon mal, ich weiß auch nicht. War unten vielleicht noch irgendwas? Hast du da was gesehen? Ne, habe ich noch nicht. Da wunder ich mich gerade. Er sagt hier. Ach, da. Ah, guck mal, hier. So eine Tür. Ah, guck mal, diesmal verbraucht. Oh, 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 oh. Ja, super. Ach, scheiße. Alter. Was? Was auch geil ist, du mich angreifen, ey. Ach, was? Ich muss jetzt hinein? Nein. Boah, ist das jetzt nicht krass? Nein, 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 nein. Hä? Was ist denn da? Nein. Die Assicht, die Dinger. Nein. Was? Nein. Boah, eben beim anderen konnte ich so schön durchlaufen und jetzt... Boah, ist das jetzt nicht. Muss das jetzt nicht sein. Boah, nein. Und auf mich zukommen. Lass euch. Lass euch alle. Ja, so scheiße. Was seid ihr eigentlich? Ihr seid Schatten. Käpt'n Schatten. Was? BWC. Alter, ja, kommt doch alle auf mich. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Geht einfach nicht. Na, Mama. Das ist unmöglich, Mama. Komm, Rene. Okay, das ist schon schön, was sie mir so alles erzählen, dass ich keine Szene habe und so. Ach, das ist auch nicht. Ich sehe auch, dass ich auch keine Frau und alles habe. Die sind wohl echt, die... Also ich soll jetzt zu denen kommen. Ich weiß aber echt nicht, was... Was hat die Sinn? Soll ich jetzt hier... ...Sentology oder so beitreten? Auf jeden Fall. Ist doch geil. Und das hat wer denn... Wieso, was sie ist? Ich bin gerade so hochgekommen, weil ich mich nach vorne stützen wollte. In dem Moment komme ich gegen die Spinnung im Mikrofon knapp wieder nach vorne, weil es gar nicht richtig sitzt. Also würde ich sagen, meine Damen und Herren, gibt's in der nächsten Woche weiter. Oh ja. Und ja, ich würde sagen, wo er sagt. Dann zeigt Rene endlich seinen Skill. Ah nein, bis dann Leute, haut rein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank.